Hi, ich hoffe du hast schöne Feiertage im Kreise deiner Liebsten verbracht und hast jetzt noch ein paar Tage Zeit ein bisschen auszuspannen, bevor es wieder losgeht. Aus der alten Tradition der Raunächte und der inneren Einkehr ist jetzt die beste Zeit, das vergangenen Jahr positiv als auch kritisch Revue passieren zu lassen. Dazu gehört als Selbstständiger natürlich wie jedes Jahr natürlich auch deine Preise zu kontrollieren und auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten anzupassen. Wenn du dafür gerne Unterstützung brauchst, wie du dein Honorar neu und vor allem gewinnbringend kalkulierst, dann hol dir bis morgen Abend noch mein Videotraining. In der Beschreibung findest du einen Link mit 30% Silvesterarbeit. Auch ich mache mir Gedanken, was es im neuen Jahr alles so geben soll und deswegen interessiert mich, was dich interessiert. Also schreib gleich hier unten in die Kommentare, welche Themen zu welcher Berufsgruppe ich in den kommenden Livestreams behandeln soll. Was wünschst du dir und worüber sollen wir sprechen? In diesem Sinne einen wunderschönen Jahreswechsel und einen guten Start in ein erfolgreiches 2020. Wir sehen uns im nächsten Livestream. Bis dann!